In letzten Folgen Dante betrug mich Du bist in Gefahr Hey Virgil Zieh dich an Wer bist du? Dein Vater gab dir alle Mein Herz Cat Du hast mich benutzt und betrogen Acht Absolute Macht Ich habe keinen Bruder mehr Darauf habe ich gewartet Bitte nicht Du brauchst es nicht mehr Zeig ihr was du getan hast Ich habe ihn getötet Er war dein Bruder Du habt mir nur Macht gegeben Sonst nicht im Herzen Ich habe keins mehr Macht Ich brauche mehr Macht Das ist meins Dann nehme ich es mir Ich brauche Hallo und herzlich willkommen Bei nächster Let's Play Vergen Untergang Und meine 6. Mission Das heißt Eine Neue Chance Oh Fangen wir an Hier war ich schon einmal Dieses Mal wird es anders sein Ich bin ein Ich bin ein Ich bin ein WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Ob das die Lips du wirst? Nüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Achtes. Ja, scheinen! Jetzt, ich laufe mit voller Energie so kaputt und alle kamen Oh! C'mon, wassup? Ow! Oh! Oh my gosh Oh! Ja. Haben wir unten? Das war's für heute. Das war's für heute. Ja, ich wollte springen. Das war's für heute. 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 Scheiße. Leck mich am Arsch. Ja, endlich. Ich habe keine Zeit für Alice. Das war's für heute. 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 Ja, klar. Ja, klar. Das war's für heute. 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 Oh! Oh! Yeah! Oh! Okay! Oh! 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 Das war's für heute. Das ist ein Schütz? Ist das auch verpackt? Scheiße! Oh Mann! Jetzt lebst du wieder! Ich weiß noch nicht! Leck mich! Oh, ich habe schon keine Helfer im Besicht! Geil! Jetzt bin ich frei, Vater. Geil! Geil! Okay. Also Leute, das war's für heute Untergang. Und ich mach ja kurz schnell, er muss das, oder? Ja, das war's für heute. Ja, das war's für heute. Ja, und weiter. Also Leute, das war's für diese Folge und bis nächstes Mal. Euer Sachs. Ciao! Das war's für heute. Das war's für heute.